Oh nein! Aber ich hoffe, das ist in Ordnung. Mein Messer geht gleich kaputt. Das ist nicht gut. Ich glaube, der ist weg, ne? Hierdurch sehe ich nicht den ganzen Schlamassel. Okay, die Zombies sind rausgekommen, ne? Ich mache schon mal wieder Platz. Hier kommen die anscheinend nicht durch. Ich lege eine Grenade. Aber die nehme ich noch nicht mit, weil wir brauchen, glaube ich, erstmal die Sicherung, ne? Ist das die Granat? Ja, ist eine Granat. Sorry. Nichts, da Teufel. Zombie. Oh, hier ist auch noch mein Fenster. Okay, Kurbel brauchen wir später. Das ist Schießpulver. Ich bin mir ziemlich sicher, hier müsste ja die Sicherung drin sein. Hoffe ich einfach mal. Wenn ja, aber wo? Ne, das ist Schießpulver. Weißt du was? Ich hebe mal hoch und gucke mal nach. Ach, verdammt. Ja. Ne. Blendgranate zum Verwenden mit Inventar ausrüsten. Betäubt Gegner im Wirkungsbereich. Bereithalten. Kann zum Konter verwendet werden, wenn man Gegner gefangen wurde. Äh, ja, ne. Achso, ich kann es trotzdem noch ab. Linksen. Ich kann trotzdem noch Nein sagen. Nice. Kurbel. Ach, es ist hochwertiges Schießpulver. Ich glaube, ich habe mich schon gewundert. Hm. 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 Ah, dran vorbeigelaufen. Ja, dich will ich mitnehmen. Okay. Okay. Bevor ich zu Marvin gehe, muss ich nochmal die ganzen Sachen holen. Ähm, die brauche ich ja momentan nicht. Na, ich kann mich eigentlich auch gerade mal wegpacken. Gerade. Ah, warte mal. Ich war ja nicht umsonst auch noch hier dran. Ähm. Ich nehme trotzdem mal beide raus, weil ich meine, ist ja jetzt nicht so wild. Ich hoffe doch, dass ich das Fenster hier auch schließen kann. Gut. Safe. Ich glaube, wir dürfen jetzt alles mitbekommen. Oder auch nicht. Warte mal. Nee, wir sind gesund. Okay. Ah. Nee, wir sind gesund. Ah. Das hätte ich jetzt nochmal da lassen sollen. Das andere Brett meine ich. Das andere Brett meine ich. Na gut. Ist ja nicht so weit. Ja, können wir erstmal hier hinpacken, ne? Okay. Das Büro ist leer. Haben wir hier unten überhaupt noch was? Nein. Okay. Nice. Und wir haben noch ein Brett für die andere Seite. Weil ich glaube, wir brauchen es auch nur im Erdgeschoss. Ach, schön hell hier. So kann es bleiben. Marvin, ich bin's nur. Keine Sorge. Okay. Ähm. Verstauen. Dich brauche ich zwar für oben. Mal gucken. Ähm. Jetzt muss ich mal kurz überlegen. Dich brauche ich. Ich bin da mit überlegen, ob ich die Dings mitnehme. Weil es wären genau zwei Plätze, die wir gerade halt brauchen, ne? Ich glaube, momentan kommen wir eigentlich noch ganz gut so klar. Hm. Braucht wir nicht ja auch irgendwo noch ein Ventil? Hier, ne? Kurbelvertiefung. Aber hier war auch ne... Ah ne, Ventil. Genau. Kurbelvertiefung ist was anderes, ne? Hier brauchen wir das. Ich speichere nochmal. Okay. Ähm. Warum laufe ich hier lang? Ich habe die doch nicht mal mitgenommen. Die Bretter. Hier lang muss ich. Hier war auch noch ein Tresor, den wir noch nicht geöffnet haben. Ja. Okay. Moinsen. Ah ja, er ist auch noch da. Einerseits befremdlich, aber andererseits finde ich das auch irgendwie beruhigend. Das ist wie mit Spinnen. Wenn du sie siehst, weißt du wenigstens, wo sie sind. Gruselig wird's, wenn sie auf einmal verschwinden. Und ja, Arachnophobie ist bei mir. Wird bei mir ganz groß geschrieben. Ganz groß. Wir haben ja grad gespeichert, ne? Nicht, dass ich hier irgendwas trigger, was ich nicht triggern will. Wie einen großen Mann mit Hut. Ich weiß nämlich nicht, wann der kommt. Oh, der Boy. Bei... Are you only hocking, oder, äh... Okay. Frage beantwortet. Hockst du da, oder machst du noch mehr? Ah, okay. Okay. Achso, okay. Nicht jeder Raum ist ein Gewinn. Oh, komm ich von hier aus in die Bibliothek? Weil ja, muss ja irgendwie, ne? Hallo? Ist anybody there? Oh, ihr zuckt ja schon wieder meine Stirn. Nicht die Nase, aber die Stirn. Ist auch so ein Ding. Okay. Ich glaube, die bewegen sich sofort, wenn sie, äh, wieder aufstehen wollen, ne? Oh. Halli, hallo, hallöchen. I'm going, äh, anderswohin. Ups. Aber wir haben ja keine verschlossenen Türen, ne? Oder? Die sind alle offen, wenn die offen... Ah, nee. Ich muss erst mal drangehen. Oder? Weil da ist Alika. Alika ist der. Das ist, glaube ich, der von oben. Und der will mir drohen. Ich meine, ich kann ja an ihm vorbeischleichen. Ein bisschen sneaky, aber... Ja, ja, an dir, ich weiß. An dir komme ich nicht vorbei. Äh, doch schon, aber, ne? Nicht ohne, dass er mich anbrüllt. Ähm... Verstauen. Oder ich hoffe einfach mal... Hat er nicht irgendwie was mit, mit, äh, Waffen ganz oben? Hauptwaffe. Hauptwaffe. Genau, so. Äh... Brandgranaten. Nehme ich nur die Sicherheit selber trotzdem mit, ne? Weil das ist ja auch schon fast, ne? Wenn ich dann angegriffen werde, ist das, glaube ich, gar nicht mal so verkehrt. Wo kriege ich denn noch ein Messer her? Ja. Ein Lied, äh... Unzerbrechliches Messer. Bitte. Please. Obwohl, wir haben ja eigentlich schon ganz viel. Danke. Munition. Ja, komm. Ich probier's. Zur Not haben wir noch Napalm und wir haben gespeichert. Ne? Ich lass den Pools erstmal auf 180 kommen und dann, äh... Schauen wir mal, ob's sich lohnt. So, wo ist denn die Tür? Die ist ja gleich hier vorne, ne? Fülle zwar nicht in die Bibliothek, aber... in einen neuen Raum, hoffe ich. Da oben ist übrigens der Legor. Was zur Hölle ist das? Eligor. Demonstration! Tschüüß! Ok. Hier sind wir erstmal wieder... Ach, das ist das Stars-Büro! Tschüss. Ja, das kennt jeder wahrscheinlich. 22.09.1998 Interne Bürobedarfsverlegungsmitteilung Hitzebeständiger Tresor mit 3-Zahlen-Schloss Vom Stars Büro In 2F ins Büro Westseite 1F verlegt Kombination Ah Das ist der Büro Das ist der Tresor oben, ne? Okay Jetzt kriegen wir von da Also hier, warte, kann ich euch zeigen Hier, Wartezimmer Das ist, glaube ich, der 1F Also erster Stock, ne? Ich glaube, das ist der Tresor Büro Westseite 1F, ja, ich glaube schon Was ist das? Eine Batterie Ich weiß nicht, die nehme ich noch nicht mit Aber wir wissen, dass sie hier liegt Beruhigend Okay, da ist noch ein Raum Ey, wenn die mal nicht, äh, äh, Dings gehört, Chris Ist noch eine Granate Die können wir, glaube ich, mitnehmen, ne? Okay Okay Oh, da müssen wir einen USB-Stick reinpacken, oder wie? Oder eine Diskette Ah, ja Eins vom USB-Dongle, okay Ja, ist in Ordnung Wir brauchen einen USB-Stick Ah, ein Hundchen Will sie nichts darüber sagen Made in Heaven Oh, ist das Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Beca Kennt man noch Zero Hier ist so viel, ne? Okay, warte mal Was habe ich alles dabei? Wie oft müsste ich laufen, um alles runterzukriegen? Also die Batterie brauche ich definitiv zuerst Kann ich die Dings stacken? Wo waren die nochmal? Ja, die kann ich stacken Okay, wenigstens etwas Okay, dann nehme ich doch mal schon mal den Dongle mit, ne? Äh, den Dongle Die Batterie Den habe ich ja noch nicht Den USB, äh Okay, der Rest ist alles, ähm Ja, hier Dings, ne? Oh, neue Waffe Dafür brauche ich dann Aha USB-Dings USB-Stick So He's gone I think I think he's gone Oh, hi Was bedeutet, er kann, glaube ich, überall sein Immer schön die Decke in Auschwald, nö? Nicht so häufig rennen Ich glaube, der mag es nur nicht, wenn man rennt Was schwierig wird, wenn so ein gewisser Typ mit Hut hier, äh Hinter uns plötzlich hier ist Jaja, ist in Ordnung Ich mag dich doch auch Hat sich mittlerweile so entwickelt Was soll ich sagen? Wir sind uns jetzt vertrauter denn je Hm Wie viele Dings waren da? Drei Stück, ne? Drei, okay Warte Dann mache ich erst mal drei Plätze frei Ich hole nur die Sachen erst mal runter Ich mache alles nach und nach Jaja Du kennst mich doch Ich werde noch ein paar Mal an dir vorbeilaufen Dann sind wir ein Herz und eine Seele Irgendwann kennen wir Sprechen wir uns per Du an Und bieten uns irgendwie Snacks und Kaffee an Machen wir hier kleine Päuschen Vom ganzen Grusel Erzählen, was so in der Zwischenzeit passiert ist Ich erzähle, wie ich hier den ganzen Monstern entkommen bin Du erzählst mir, wie oft du gegen die Fensterscheibe da Und wenn die Fensterscheibe gegen die Bretter da gestürzt bist Wird eine super Zeit Das wird super Also wir irgendwann Closes Best Friend Noch sind wir nur Freunde Noch kriegt er nur Hier Mangerie und Küsschen Also die Schoki Und irgendwann wird es wie die französischen Freunde Gibt man sich Bussis Ne? Fragt wie es der Familie geht Und sowas halt Okay Ähm Ja, nur noch der Dongle Ich hab dich gehört Oder auch was anderes Aber ich will es nicht drauf anlegen Deshalb gibt es nur noch Mausgeschwindigkeit Also statt Mausgeschwindigkeit Kennt jeder, glaube ich, ne? Okay Ja, immer schön die Decken absuchen Wie gesagt, ich glaube Die reagieren auf Geräusche, ne? Ich meine, wir machen mit unseren Klackerschuhen Definitiv Geräusche, aber Ich glaube, das ist noch irrelevant So Ähm Verstauen Verstauen Obwohl wir könnten eigentlich schon mal wieder hier Ähm Nein Ne? Könnte ich eigentlich auch, aber ich Weiß nicht Ah Damit kriege ich Äh Kriege ich meine MP Munition Hier, die hier, ne? Die gute Durchschießige, ne? Ich weiß nicht Vielleicht brauchen wir auch irgendwann mal Säuregranaten Und solange ich noch Gutschuss habe Bewahren wir uns das Schießpulver nochmal auf, ja? Ich mache es wie sie Ich mache es wie in einem guten RPG Ich schnappe mir alles Und es kommt in die Kiste Und wird nie wieder rausgeholt Bis es irgendwann grün ansetzt Okay? Cool Bist du auf so ein paar Gegenstände Die werden natürlich rausgeholt, aber Ähm Soll ich nochmal die Dings mitnehmen? Ne, ich lass mal so, ne? Ich hoffe mal, dass wir erstmal uns dran vorbeisneaken können Na, bro Alles gut? Ah, von mir geht's gut? Okay Gut Wenigstens etwas Er hat gesagt, er war letztens brunchen War ganz schön, hat er gesagt Hat einen neuen Bäcker um die Ecke entdeckt Gab's guten Kuchen Leckeren Kaffee Schön mit Hafermilch Hat er gesagt Ich glaube, ich probiere den auch mal aus Er hat gesagt Da gibt's die leckersten Erdbeeren in der Stadt Ich glaub ihm einfach mal Ich meine, wie man sieht Es sind ja Erdbeer-Saison, ne? Wie man sieht Es ist Erdbeer-Saison Das war jetzt, ähm, ja Ja, Erdbeer-Saison Ich glaub, die waren auch alle bei dem Bäcker Ah! Erdbeer-S draining Zu wissen, nicht weglaufen zu sollen und tatsächlich nicht wegzulaufen ist ist echt ja oh danke, bitteschön bitte dankeschön, so rum okay okay wir sind jetzt bei der Bibliothek da brauche ich einen ganz also für die Wäschekammer brauche ich einen ganz anderen Schlüssel okay hui ich glaube, das Spiel nimmt mich mehr mit, als es sollte nochmal Schiesipulver obwohl es soll, glaube ich, auch so wirken ich spiele es zwar nicht so, wie es gedacht ist Schwierigkeitsgrad technisch her, aber es wirkt, glaube ich, genauso wie es wirken soll, egal ob egal welcher Schwierigkeitsgrad genau so soll es wirken so, was ist denn das? es ist hier dieses Dings, ne? Fisch Skorpion Wein mit so Luft oder so griechisch okay, ähm genau, Fische Skorpion Wein thank you ja, pack mal hin ja, pack mal hin was machst du hier oben ok sie steht nicht auf oh oh ah ich hab gedacht, das passiert bei dem anderen rett ich hätt's mir eigentlich denken können was? wie? oh no keine Munni mehr oder wat? die sind jetzt schon wieder aufgestanden oh das ist nicht schon mal hier hoch ich glaub, er kommt nicht mehr äh gut voran Lagerraum West okay äh ach ja wir sind ja jetzt oben forgot it aaaaa we are here now back, äh in se Obergeschoss da wo ich vermutet hatte dass der Licker da wäre wo wir den getriggert haben at the first time äh zum einen Munition okay, wir werden echt auf dem leichten Schwierigkeitsgrad ich glaub, deswegen ist auch das leichte zugeschlonzt mit Munni wie, äh wie geht vorne ist C4 genau, da brauchen wir noch ähm nen Dings so ne, so ne Dingsuhr so nen, so nen Timergedöns meine erste Gürteltasche yay ich kann mehr Sachen mitnehmen und das übrigens, äh die Frauenstatue die uns dann die nächste Münze gibt okay, wir müssen da definitiv durch jetzt weiß ich auch warum wir die Batterie bekommen haben jetzt weiß ich wofür die Batterie ist das kippt hier doch irgendwann nochmal um, ne wahrscheinlich wenn wir sprengen dann müssen wir was ganz schnelles machen und dann kippt das um oh Dickie ist auch aufgestanden okay bloß liegen zu bleiben ich empfehle ihnen liegen zu bleiben neues Kampfmesser genau da wo ich's brauche kriege ich ein neues Messer das ist das rote Buch und genau da wo ich's brauche, habe ich auch die Tasche bekommen dass ich mehr mittragen kann alles fügt sich oh, er schläft ja mehr oder weniger ich wäre dafür ihn zu erlösen aber ich glaube wir brauchen ihn noch da ist ja viel passiert da ist ja viel passiert das muss ich nur ach, warte mal wir können ja jetzt auch den links öffnen den Tresor, ne den Tresor fehlt mir nur noch unten ähm ich glaube ich glaube zumindest dass es der ist wenn nicht, dann müssen wir gleich runterlaufen äh links 9 rechts 15 links 7 ok 9 15 7 9 15 7 nein falsche Richtung sorry nein nein sorry hä oder muss ich so na oder muss ich jedes Mal drücken nee könnte natürlich aber auch heißen dass es der andere ist ne könnte sein dass es der andere ist ok schade nehmen wir halt den anderen dann ist es der äh ähm aber das ist doch Erdgeschoss und nicht 1F naja vielleicht ist er auch erster Stock keine Ahnung hi Marvin ach warte mal ich kann ja gleich hier an Marvin vorbei dann ist es der hier welcome Leon oh immer noch süß ist hier eigentlich was drin ja cool immer wenn ich es brauche ok warte äh ja ok dann ist es doch hier ok ja Büro hätte ich mal ja gut stand ja auch dran Büro Büro Westseite ok ja das war jetzt meine Dummheit ich war so auf den oben fixiert dass ich gehofft hatte das wäre derer aber eigentlich ist es auch egal ähm Dings haben wir noch nicht bekommen das zweite Dings hier die Schroms auch noch was ah ja ein Kombinationsschloss äh wollen wir Brutforcen ich komme da nochmal hin hier ne wollen wir kurz Brutforcen was es sein könnte oder vielleicht nicht gut bin falsch gelaufen nie ah das ist mit dem Licker ne ja ich bin doch falsch gelaufen trotzdem und hab nen Schuss verbraucht naja wie gesagt für mich besteht der Grusel ja auch nicht da drin dass wir hier ähm wenn wir auch gleich hier dann laufen können dass wir hier ähm keine Munition oder so haben oder ne obwohl das wahrscheinlich das Horrorelement sein soll für mich besteht der Horror wirklich darin dass ich halt die ganze Zeit unter Spannung stehe 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 bin so angespannt und mir auch noch das was ich auch schon machen können ne naja ähm verstaun nehm schon mal was für den Licker mit ich hoffe doch dass das in Ordnung ist ja komm Rest sollte ich aber freilassen ne erstmal ich glaub was verschlossenes war da nicht oder ich glaub nicht ne ich will ja nur in die Dusche ich will ja nur in die Dusche äh kommst du mit Barry nein Barry sagt der Duscht im Regen spart Wasser und so und es regnet da grad sowieso wir sollen ihm nur gleich auf dem Rückweg mal ein bisschen Seife rot durchschmeißen die hat er vergessen machen wir doch oder so ein bisschen Kernseife so welche waren das äh hier ne also wir haben ein C wir haben A haben wir so ein P für Capcom okay weil wir hatten ja auch schon Devil Mac Cry oder Devil Cry May beziehungsweise da lag das mit dem Capcom ganz nah ne deswegen kommen und Brutforcen hat sich ja gelohnt okay ganz oben war ja nur Dings ne brauche ich noch das äh oder muss ich da nur ne Batterie ran machen brauche ich denn nur die Battery ah nein wir wollen ja noch Dings machen sorry das Buch vergesse ich die ganze Zeit ne erst ist es dauernd im Kopf und dann ähm dauernd aus dem Kopf raus jetzt wo ich es gefunden hab nicht mal erstmal die Sache mit dem Buch beziehungsweise mit der Statue bevor wir hier noch was anderes triggern ich mein der große äh äh große Dicke ist ja auch noch nicht da der mit dem Hut das war glaube ich Mr. X ne das andere ist ja Nemesis Nemesis und Mr. X ich weiß sogar äh äh ne so ein bisschen was von deren Background Story die wurden ja auch echt äh äh massakriert ne die beiden von Umbrella die T-Virus und ne haben es nicht so gut bestanden obwohl kommt drauf an was man ne naja darunter versteht hier ist ein Dings boop ich hab einfach mal weggeschmissen ok den brauchen wir für irgendwas hier ist nichts mehr ne ok aber da ist noch eine Dings ähm Kurbel kriegen wir bestimmt irgendwann noch hier ist noch der Tresor und hier brauchen wir noch einen Wagenheber beziehungsweise ein Teil für den Wagenheber kann sein dass wir hier tatsächlich nur die Batterie brauchen ja ich glaube wir brauchen nur die Batterie aber zeitlich her kann reicht es wenn wir jetzt erstmal äh wieder runter gehen und speichern weil das war es erstmal wieder für den Part glaube ich egal ich guck gleich nach kann doch sein dass ich überzogen hab dann muss ich gleich mal gucken wie ich da schneide ja irgendwie keine Ahnung ich speichere und gucke nach der Zeit leicht überzogen aber das ist in Ordnung für diesen einen Part wir sehen uns hoffentlich auch beim nächsten Mal wieder bis dann und bei Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020